Grüß euch wieder, herzlich zu Shadow of Rome. Ja, Stadtrunde 2. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kurz gesehen habt, weil ich hab die auf Versehen weitergeklickt, aber es sollte klappen. Ich denke, du hast gestern die Version nicht verstanden, oder? Nun, dann will ich dir über das heutige Programm informieren, mein Freund. Die nächste Runde ist ein Inmulierungskampf, aus gutem Grund auch Massaker genannt. Du musst jeden Feind töten, der sich dir entgegenstellt, allein gegen alle Agrippa, aber du musst Ruhe bewahren. In der Mitte der Arena ist eine Brücke, vielleicht findest du eine Verwendung dafür. Gute Kämpfe nützen die Vorteile der Umgebung. Die Pfeile werden auf dich niederprasseln. Entschuldigung. Du musst ihn ausweichen und die Bogenschlüsse niederschießen. Wenn sie die Gelegenheit bietet, geh nun und biete ihnen eine gute Show. Kein Ding, kein Ding. Machen wir. Fuck, ey, ich konnte mir eine Waffe auswählen und ich hab einfach geklickt. Egal, ich hab jetzt einen Gladius. Ich glaub, der Gladius ist ganz in Ordnung. Das hätte mich schlimmer erwischen können. Man kann auch waffenlos hingehen, dann krieg ich gleich am Anfang ein paar Salbepunkte. Das hätte auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ich will da ein Schild. Warte. Komm her. Du gegen mich. Ja, ich kann leider nichts gegen meine, mein Gamepad machen. Das hört ihr leider immer. Böhm. Schild her. So, und jetzt gehen wir hier hoch. Und hau den Typen oben weg. Ach, ne Frau ist das sogar. So. Mist, ich kann ja nicht runter. Bleib liegen. Oh. Wie viele halten die aus? Bitte. Ach, fuck. Runter. Ach, fuck. Ey, ich glaub, jetzt bin ich hier oben gefangen. Kann man sich fallen lassen? Ja. Kreis. Okay, gut. Nehmen wir ein Skladius. Jetzt haben wir noch einen Bogen. Kann man auch gut benutzen. Ach du Scheiße. Okay, Dickerchen. Bin weg. Hüah. Schieß. Zack. Äh, ich krieg hier Besuch. Anti-Superman. Tschüss. Ja, er kommt nochmal. Er hat nochmal Bock. Oh, fuck off. Äh, können wir Freunde sein? Naaah. Scheiße. Hilfe. Haltet ihn auf. Haltet ihn auf. Ne, Ulas. Ne, ja, dann. Du wirst gerade an die Einszene von... ... ... ... ... ... ... ... Das war ne U, Kais. Ist ja auch egal, man. Das hat jetzt nix mit rum zu tun. Na, komm. Okay, ich... Komm her, du geh mich. Oh, fuck. Du hast noch Freunde. Äh, pff. Ah, fuck off. Hilfe. Ah. Äh, äh, lass uns Freunde sein. Komm. Ist doch nicht so schwer. Äh, hallo, Frau. Okay. Ich hab dich getötet. Zurück. Bereits zu töten, das bin ich. Äh, würdest du jetzt bitte sterben? Äh, essen, 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 essen. Was ich jetzt am liebsten würde, ist den packen und den wegwerfen. Kriege ich das hin? Wie kann ich packen? Ähm... Okay, dann werde ich dich so halt wegfegen. Ach, super. War ja immer gar nix. Äh, ja, wir gehen erst runter und dann werden wir die Menge beauftragen, um was zu werfen. Also, Moment. Hier runter. Ja, das ist wieder ein sehr lustiger Kamm, wo nicht... Magnus gibt's, glaube ich. Ja, das gibt Magnus. Eine sehr schöne Waffe. Oh, nein. Beam. Junge, hier. Hallo? Ey, ey, ey. Oh, nein. Der rennt da hoch. Der rennt da hoch. Der will die Glänze. Lass die mal lieber, wo die ist, Junge. Hä? Tschüss. Brrrr. Das war's, glaube ich, schon. What the fuck? Oh, nein. Bleib du hier unten. Hallo? Wir werden hier abgehauen. Was willst du denn machen? Du hast nur noch einen Arm. Was habt ihr euch denn jetzt da runtergeholt? Was habt ihr euch da von da oben runtergeholt, ihr Affen? Scheiße. Äh, die holen ab. Oh. Okay, hier. Äh, ein mit dem Fleisch geben. Ein mit dem Fleisch. Okay, okay. Ihr wollt das anders. Ihr wollt das anders. Pff. Dein Ding, Dein Ding. Bäm. Hercules Wut. Und die... Bäm. Scheiße. Das ist krass. Arena-Runde Nummer 2 beendet. Schön. Ich, äh, mag das Spiel. Es gibt keine... Erst ab 25.075... Das schaffe ich nie. Ich schaffe das nicht. Ich habe, glaube ich, einmal Gold in meinem Leben bekommen. Einmal Gold. Ah, ich würde mal sagen, wir werden noch in Arena-Runde Nummer 3 schnubbern. Gucken wir die nämlich auch noch an. Ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass ich sehr wenig rede. Während den Arena-Kämpfen. Das ist scheiße, weil ich bin da gerade so... Ich gehe da so ab gerade. Aber, muss man mal gucken. Das ist ein toller Tag zum Kämpfen. Also, dann fasse ich das Programmpunkt des heutigen Tages mal zusammen. Gut, dann sehen wir noch hier so ein kleines Overview. Dann mache ich nämlich Schluss. Hoffentlich hast du Lust auf eine kleine Jagd, mein Freund. Du musst es mit Tigern aufnehmen. Virtuelle... Virtuelle Mordmaschinen, die sich liebend gern an dein Fleisch schlaben würden. Virtuelle? Virtuelle? Das ergibt keinen Sinn. Sei vorsichtig, du hast in deinem Dschungel. Okay, wir müssen gegen, äh, Tiger kämpfen. Was natürlich sehr toll ist, aber da würde ich sagen, machen wir es in der nächsten Folge. Der hier verwende Waffen, unterscheiden sie dich. Du kannst nicht ruhig alles fragen. Ich würde sagen, was du weißt. Äh, was sind denn für zweihändige Waffen? Das ist groß, schwer. Merken, was hast du dazu? Die dicke Breitschwelle ist so groß und schwer wie ein Mann. Wegen seinen Erinnerungen. Ich muss das mit Beinhänden führen, aber dieses kleine Nachteil hast du übertroffene Kraft und Schnelligkeit wieder ins Wettmachen. Schwingen in zwei Treffer kann aufgeladen werden. 300-Grad-Hieb kann aufgeladen werden. Schlitzenhelmspalter kann aufgeladen werden. Ja, super Angriff. Wie ging der nochmal? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls irgendwas mit, äh, gleichzeitig was drücken. Ja gut, also dann beginne ich den Arena-Kampf in der nächsten Folge. Und dann hoffentlich schaffen wir den. Also gegen Tiger, ich glaube noch schön, dass wir das schaffen. Also bis dann.